Auf Matte 4 kämpft jetzt Stefan Büch gegen Jürgen Söhrer. Er ist bereits vor der Gewichtsklasse bis 73 Kilo. Mehr im Konzentrum gegen Christian Hackel. Wer kämpft dann jetzt? So, auf der Matte 2. Wiedersehbar zu gehen ohne Scheiter. Ich habe die Bündnis der Matte 2. Alle Teile nach M3 bis 180 Kilo. Auf der Matte 2, alle Teile nach M3 bis 180 Kilo. Auf der Matte 3,5 Kilometer. Oh mein Gott, der ist sehr großartig! Ja! Ja! Cool. Ja!